Mario Zerbe, 23, komme aus Augsburg und studiere an der RWTH Maschinenbau. Administrativer Teamleiter bei EQX, dem Formulation-Team der RWTH Aachen. Die Formulation ist ein weltweit ausgetragener studentischer Konstruktionswettbewerb mit dem Ziel, einen Rennwagen zu bauen und damit gegen andere Hochschulteams anzutreten. Wir bauen dieses Jahr sogar zwei Rennwagen. Einen, der mit Fahrer betrieben wird und einen, der autonom um die Rennstrecken fahren wird. Beide sind elektrisch betrieben. Die beiden neuen Autos stellen wir am 15. Mai hier in der Aula 1 der RWTH Aachen vor. Wird uns freuen, wenn ein paar von euch vorbeikommen würden. Untertitelung des ZDF für funk, 2014